Das Compression Training System, kurz CTS. Hast du schon einmal davon gehört? Heute in diesem Video stelle ich dir dieses vor, sag dir auch ganz genau, was du damit trainierst und wie du damit trainierst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamm Trompetentraining. Compression Training System, also etwas, was mit Druck zu tun hat und dementsprechend kann man ja eins und eins zusammenzählen. Das heißt, man lernt seinen Körper zu trainieren, wie man den Druck standhalten kann. Also man trainiert die Muskulatur, nämlich genau die mimische Muskulatur. So sieht das CTS System aus, Compression Training System. Das heißt, man hat hier eine Messskala, einen Schlauch, den man hier unten hineinsteckt und der endet letztendlich dann ins Mundstück. Das heißt, diesen stecke ich unten in das Mundstück hinein, schön fest, damit auch der Druck dann dementsprechend auch in den CTS, in das Compression Training System, eben reingeht. Wenn ich jetzt puste, kommt natürlich kein Ton, ganz im Gegenteil. Es wird der Druck gemessen, den ich eben aufbaue, das heißt in der Mundhöhle aufbaue. Und somit erinnert dieses Training auch stark an die Zirkularatmung. Also dort riegele ich ja meine Mundhöhle hermetisch ab, drücke die Luft in die Trompete und atme gleichzeitig ein. Und hier ist es eben so, das heißt, ich atme ein, drücke die Luft hinaus, eben über meinen Mund und versuche natürlich dementsprechend mit meiner Muskulatur diesem Druck entgegenzuwirken und standzuhalten. Ganz wichtig bei diesem Training ist immer, drücke nicht das Mundstück gegen die Lippen, sondern versuche den Druck mit der Lippenmuskulatur, mit der mimischen Muskulatur eben entgegenzuwirken. Wir probieren es auch gleich mal aus. Ich zeige euch die Skala hier in die Kamera, damit ihr mitlesen könnt und dementsprechend wird auch dann was angezeigt. Und dann halte ich eben diesen Druck stand und diese Muskulatur ist eben dann dementsprechend angespannt. Mir gefällt an dem CTS-System eben, dass es nah am Trompetenspielen ist. Natürlich geht durch die Trompete die Luft nach außen, aber dort übe ich ja auch das Trompetenspielen bzw. versuche letztendlich meine Fertigkeiten, die ich mir angeeignet habe, eben auf die unterschiedlichsten Wege, in dem Fall eben mit dem Compression Training System, dann auf das Instrument zu übertragen. Also, wie trainiert man jetzt mit dem CTS? Ich habe gerade eben schon gesehen, ich habe die Luft aus der Mundhülle hinausgedrückt und war bei einer Skala, ich denke es war gerade eben 120 bzw. 140. Und auf diesem Punkt versuche ich die Nadel jetzt zu halten, 5 Sekunden zähle ich einen Countdown im Kopf und danach lasse ich den Druck wieder abfallen. Das heißt, ich bin permanent in diesem Anspannen bzw. Entspannen, in dem Fall Druckaufbau und natürlich auch wieder Druckabbau. Das trainiere ich 5 Mal, das heißt, ich habe diesen Vorgang 5 Mal 5 Sets. Danach mache ich eine Pause und gehe an das Gleiche nochmal ran. Anfänglich trainiert man natürlich nicht bis ins Maximum zu gehen, sondern man versucht erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln. Das heißt, ich habe auf der Skala 20er Schritte, 20, 40, 60, 80 und das Ganze geht bis 300 nach oben. Die Einheit kann ich jetzt nicht nennen, weil ich es nicht weiß, aber das ist beim Training für mich jetzt auch nicht entscheidend. Und letztendlich geht es darum, dass ich eben schrittweise mit Verstand mir eben diese Fertigkeit aneigne, den Druckstand zu halten. Das heißt, ich starte natürlich nicht bei 140, 160, 180, sondern wie ich damals vor einem halben Jahr damit begonnen habe zu trainieren, war erstmal 80 mein Mittelwert. Das heißt, ich habe erstmal hineingepustet, dementsprechend die 80 gehalten, eben genau für diese 5, 6 Sekunden und dann wieder den Druck abgelassen. Das Ganze 5 Mal und insgesamt nach einer kurzen Pause auch diese Sets 5 Mal. Wieso? Dass ich immer die Lippe, die Muskulatur kurz regenerieren kann und danach gehe ich eben wieder ins Training. Ganz wichtig, dieses Training immer nach dem Überalltag machen. Das heißt, nicht vorher oder nicht während, mach es immer nach dem Trompete spielen. Beziehungsweise an dem Tag, nachdem du mit dem CTS, PET, Lippenexpander und so weiter und so fort trainiert hast, musst du immer Pause machen, weil die Lippenmuskulatur möchte sich natürlich erholen. Und dementsprechend ist der Überalltag nach diesem Training eben beendet. Das heißt, wenn wir jetzt Schritt für Schritt uns dieses Training aneignen, starten wir, wie gerade eben schon gesagt, bei 60 oder bei 80, versuchen das auf die beschriebene Art und Weise eben zu halten. Nach einer Woche gehst du einen Schritt weiter, das heißt, du gehst von der 80 zum Beispiel auf die 90 weiter. Und so machst du immer eine Woche Training, eine Woche deswegen, was einfach ein wunderbarer, überschaubarer Zeitraum ist und du immer weißt, am Montag habe ich mit der neuen Einheit begonnen. Und so weiter und so fort. Und so baust du eben sukzessive auf deinen Fertigkeiten auf. Wieso immer dieses nachhaltige Training und Schritt für Schritt Training, weil es eben darum geht, wirklich sich ein Gebilde aufzubauen, das einfach steht, beziehungsweise nicht von vornherein schon überfordert. Das heißt, wenn du dir mit dem CTS das Training natürlich intensivieren möchtest, musst du immer davon ausgehen, das ist kein Allheilmittel, das von jetzt auf dann dein Trompete spielen komplett revolutioniert, sondern es geht darum, deine Muskulatur zu stärken, beziehungsweise auszubauen. Dich an den Druck zu gewöhnen, den du im Körper aufbaust und dementsprechend dann am nächsten Übetag natürlich versuchst, auf dein Instrument zu übertragen. Also, wir sind hier einen Schritt näher im Instrument als zum Beispiel beim Piet oder bei unserer Bleistiftübung. Dort trainieren wir die Muskulatur, also dieses Stifthalten, beziehungsweise Piet oder Lippenexpander halten und dann war es das auch schon. Das CTS-System geht noch einen Schritt weiter. Wir trainieren natürlich auch dementsprechend, die Muskulatur zu halten, aber haben natürlich auch noch dann diese Komponente Luftdruck als Trainingseinheit mit dabei. Dementsprechend bin ich der festen Überzeugung, dass man natürlich auch mit dem Mundstück schon näher am Instrument ist, aber auch durch diesen Druckaufbau näher am Instrument ist. Und gleichzeitig trainieren diese beiden Faktoren natürlich deine mimische Muskulatur zusätzlich. Und zusätzlich ist genau das richtige Stichwort. Du ersetzt mit diesem Training natürlich nicht das Trompete-Spiel, genauso wie bei den anderen Trainingsgeräten auch nicht, sondern dieses Training kommt immer noch zu deinem Trompetenspiel on top dazu. Wo du dieses Trainingssystem bekommst, das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch einen deutschen Kontakt, das kannst du gerne bei mir nachfragen, da leite ich das an dich weiter. Dieses Trainingsgerät kostet so um die 70 Euro. Ich bin mir gar nicht jetzt bewusst. Ich glaube 65 Euro und 5 Euro Versand. In dieser Range bewegt sich das eben, aber dennoch ein Trainingsgerät, das wenn man es regelmäßig nutzt, dein Trompete-Spielen mit Sinn und Verstand vor allem nachhaltig positiv beeinflussen kann. Das Trainingsgerät ist dafür entwickelt, dass du eben deine Muskulatur trainierst, deine Ausdauer trainierst und dementsprechend natürlich auch deine Höhe beim Trompete-Spielen positiv beeinflussen kannst und dementsprechend natürlich auch weiter nach oben spielen bzw. trainieren kannst. Wie gesagt, wer das Ganze erfunden hat, wo du das beziehen kannst, unten in der Videobeschreibung und dann wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß beim Trainieren mit der Trompete, mit dem CTS-System oder anderen Trainingsgeräten. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall, das mal auszuprobieren bzw. Informationen einzuholen, wie und was genau es mit dem CTS-System auf sich hat. Ich konnte meine Trompete-Spielen aufgrund dessen, dass ich aktuell Zahnschienen trage, sehr positiv innerhalb von einer Woche beeinflussen. Mit der neuen Zahnschiene kam ich nur bis zum A2 klingend und mit dem CTS-System nach einer Woche konnte ich wieder bis zum S3 nach oben spielen und zwar innerhalb von einer Woche. Also der Zeitraum war wirklich sehr, sehr überschaubar. Ich konnte natürlich vorher auch höher, aber dementsprechend ist man natürlich mit Schienen oder mit Zahnspange etwas gehandicapt. Und da hat mir das CTS-System kurzfristig einen sehr großen Schritt nach vorne verholfen. Ich bleibe dran und berichte dementsprechend natürlich wieder, wenn es weitere Fortschritte mit dem CTS-System beim Trompete-Spiel meinerseits gab. Das war es kurz und knapp zu diesem Video. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete-Spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico. Bis zum nächsten Mal.